Fans protestieren, Celine Dion unter größten Sängern Diese Fans setzen sich für ihren Star ein. Celine Dion, 54, ist eine sehr erfolgreiche Sängerin. Auf der neuen Liste der 200 größten Sänger taucht ihr Name allerdings nicht auf. Dabei verkaufte sie weltweit mehr als 200 Millionen Tonträger und gewann im Laufe ihrer fünf Jahrzehnte im Rampenlicht eine Vielzahl an Auszeichnungen und Preisen. Auch ihre Anhänger können diese Entscheidung nicht nachvollziehen und demonstrierten jetzt sogar. Eine Gruppe treuer Fans der beliebten Sängerin starnt am Freitag vor den Büros des Rolling Stone. Der die Liste veröffentlicht hatte, um gegen die Auslassung von Celine zu protestieren. Das Magazin veröffentlichte daraufhin ein Video von den Demonstranten vor dem Gebäude auf Instagram und ein Reporter interviewte einige von ihnen. Wir sind hier, um uns im Namen von Celine zu äußern, denn offensichtlich habt ihr einen großen Fehler gemacht. Wir möchten, dass ihr versteht, dass ihr die beste Sängerin der Welt vergessen habt, erklärte ein Bewunderer. Das Magazin wies jedoch darauf hin, dass es sich nicht um eine Liste der größten Stimmen aller Zeiten handele. Talent ist beeindruckend, Genialität ist transzendent. Sicher, viele der Menschen hier wurden mit gewaltigen Stimmen Perfekter Tonhöhe und grenzenlosen Tonumfang geboren. Andere haben rauere, seltsamere oder zartere Instrumente. So die Erklärung des Rolling Stone.